Fabrice Herzog, das erste Mal hat es in dieser Serie einen Heimsieg gegeben. Was hat der Ausschlag gegeben? Wir haben sicher sechs Minuten versucht zu kämpfen und alles zu geben und das hat es am Schluss ausgezahlt. Sie haben alle drei Goals geschossen. Der letzte ist vielleicht ein bisschen einfacher gewesen. Wie haben Sie vielleicht die ersten zwei Goals gesehen, die Sie dann auf die Siegerstrasse gebracht haben? Ja, sicher. Ich habe beim ersten Mal versucht, den weiten Pfosten zu schiessen auf den Rebound für Chris. Und es ist dann zum Glück reingegangen und beim zweiten Mal habe ich mir ein Loch ausgesucht und habe es dann getroffen. Gratulieren wir uns. Merci für mich.